Grüße auf dem Kanal Max-Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Ich bin Paul, ein 30-jähriger Mann, der sich immer für einen guten Menschen gehalten hat. Aber in letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher und ich glaube sogar, dass ich ein Arschloch sein könnte. Was hat diese drastische Veränderung in meiner Selbstwahrnehmung verursacht? Eine Frau, natürlich. Aber nicht irgendeine Frau, sie ist unglaublich schön, mit grünen Augen, rotem Haar, das ihr bis zur Mitte des Rückens reicht, und einem Körper wie eine Göttin. Wenn das Gesicht von Helena von Troja tausend Schiffe in See stechen lassen könnte, dann könnte diese Frau, Angelina oder kurz Angel, locker zehntausend in See stechen lassen. Angelina ist die Frau meines Hauptkonkurrenten bei der ZIX-Korporation, Thomas Derfil. Wir begannen beide am selben Tag in der Firma zu arbeiten, und es schien, als stünden wir immer in direkter Konkurrenz zueinander, da wir ständig die gleichen Beförderungen erhielten. Ich war der erste, der zum stellvertretenden Manager in der Qualitätskontrolle befördert wurde, und kurz darauf wurde Thomas zum stellvertretenden Einkaufsleiter befördert. Als eine Stelle als Versand- und Empfangsleiter frei wurde, bewaben wir uns beide, aber Thomas bekam die Stelle. Ein Jahr später wurde ich zum Leiter der Qualitätskontrolle befördert. Ich hatte die Gelegenheit, Angelina bei den gesellschaftlichen Veranstaltungen des Unternehmens kennenzulernen, und ich muss zugeben, dass ich mich sofort zu ihr hingezogen fühlte. Ich bin überzeugt, dass jeder Mann, der die Chance hatte, sie zu sehen, selbst an ihrem schlechtesten Tag sie begehren würde. Ich wusste jedoch, dass sie mit Thomas verheiratet war, und ich war nicht der Typ Mensch, der sich mit der Frau eines anderen Mannes einließ. Trotzdem konnte ich nicht umhin, ein starkes Verlangen nach ihr zu verspüren. Dann kam der Tag, an dem ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich ging mit einem unserer Lieferanten zum Mittagessen ins Reetlobster, und nach dem Essen trennten sich unsere Wege. Das Reetlobster lag direkt gegenüber dem Reetrof in, und ich schaute in diese Richtung, als ich zu meinem Auto ging, und sah, wie Angelina Derfield mit Armos Billings aus einem Auto stieg und auf eines der Zimmer zuging. Ich nahm mein Handy heraus und filmte, wie sie Zimmer 117 betraten. Ich stellte das Auto an einen Ort, an dem ich den Raum überwachen und näher herankommen konnte, um bessere Videoaufnahmen zu machen, und ließ mich nieder, um zu warten. Als sie zwei Stunden später herauskamen, hatte ich sogar das Glück, ihren Kuss einzufangen, als sie den Parkplatz verließen. Ich sah mir an, was ich auf meinem Handy hatte. Was ich hatte, war Dynamit. Billings war der Weißpräsident auf Operations bei ZWX und die Person, die darüber entscheiden würde, wer die Stelle des Regionalmanagers bekommen würde, um die Tom und ich uns beworben hatten. Nach dem, was ich gerade gesehen hatte, würde Tom der neue Regionalmanager werden, denn ich konnte Billings nichts anbieten, was Angel übertreffen könnte. Ich fragte mich, was es mit dieser Stelle auf sich hatte, dass Tom bereit war, sie Angel anzubieten, um sie zu bekommen. Eines wusste ich mit Sicherheit. Meine Finger-weg-Politik mit Angel war im Eimer. Ich beschloss sozusagen, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Ich wusste, dass Angel von zu Hause aus arbeitete und Rechnungen an verschiedene Ärzte, Zahnärzte und kleine lokale Unternehmen stellte. Wenn sie bereits vom Hotel nach Hause zurückgekehrt war, rief ich ihre Privatnummer an. Hallo. Guten Tag, Angel. Paul Kamelow hier. Wie geht es Ihnen an diesem schönen Tag? Mir geht's gut, Paul, aber Tom ist noch nicht da. Ich will nicht mit ihm reden. Ich will nicht mit Tom reden. Ich bin mehr daran interessiert, mit Ihnen zu reden. Wäre es möglich, dass Sie heute Abend Zeit haben und mit mir essen gehen? Hast du den Verstand verloren? Wie in Gottes Namen kommst du auf die Idee, mich anzurufen und mich danach zu fragen? Ich weiß nicht, ob Gott seine Hand im Spiel hatte, aber wenn nicht Gott, dann hat mich das Schicksal so gelenkt, dass ich sehen konnte, wie sie und Amos Billings das Zimmer 117 des Red Rufin betreten haben. Du bist betrunken. Ich war noch nie im Retro-Fin. Nun, während ich mit dir spreche, schaue ich mir das Video an, das ich auf meinem Handy aufgenommen habe, und ich bin bereit, alles zu wetten, dass du es warst, der Amos geküsst hat, nachdem er Zimmer 117 verlassen hatte. Aber ich gebe zu, dass ich in meinem Leben ein paar Fehler gemacht habe. Ich denke, ich muss eine zweite Meinung einholen. Haben Sie zufällig die Telefonnummer von Billings zu Hause? Seine Frau arbeitet nicht, und sie sollte zu Hause sein. Ich werde ihre Meinung dazu einholen, ob es Amos auf dem Video ist oder nicht. Das spielt keine Rolle. Ich bin sicher, es steht im Telefonbuch. Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bevor ich auflegen konnte, hörte ich. Warten Sie, was wollen Sie? Ich habe es dir schon gesagt. Gehen Sie heute Abend essen. Wann und wo? Wie wäre es mit dem Restaurant im Hilton um 18 Uhr? Gut, wir sehen uns dort. Ich lächelte, als ich auflegte. Ich würde die Stelle als Regionalmanagerin nicht bekommen, aber ich war zuversichtlich, dass ich Angel bekommen würde, und ich war mir sicher, dass Angel mir besser gefallen würde als die Stelle als Regionalmanagerin. Ich betrat das Restaurant des Hilton Hotels um fünf Minuten vor sechs und fand Angel bereits dort sitzen. Als ich mich zu ihr setzte, sagte ich, ich hoffe, ich habe dich nicht lange warten lassen. Ich bin gerade erst gekommen, antwortete sie. In diesem Moment erschien die Kellnerin und nahm unsere Getränkebestellung auf. Als sie ging, fragte Angel, und was bedeutet das alles? Sie wollte direkt auf den Punkt kommen, und genau das habe ich getan. Es ist ganz einfach. Du hast billings unterhalten, um Tom den Job als Regionalmanager zu verschaffen, was bedeutet, dass du mir keine Chance für den Job gegeben hast. Ich habe beschlossen, dass ich einen Trostpreis brauche, und den haben sie bekommen. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Oh, aber ich bin es. Du weißt, was du hast, Angel, und du weißt, dass jedermann, der jemals in deine Richtung geschaut hat, mit lüsternen Gedanken über dich geendet hat. Wie sie hatte ich lüsterne Gedanken an dich, seit ich dich zum ersten Mal sah, aber ich bin ein guter Kerl, oder war es? Also habe ich diese Gedanken verdrängt. Jetzt hat sich alles geändert. Du hast Amos unterhalten, was bedeutet, dass du mir den Job weggenommen hast, den ich wollte. Ich denke, es ist nur fair, dass du, da du mich arbeitslos gemacht hast, wieder Gutmachung leistest. Du bist furchtbar. Was, wenn ich dir sagen würde, du sollst abhauen und sterben? Ich werde zum Leiter der Personalabteilung gehen, ihm das Video zeigen und erklären, dass ich getäuscht und einer ehrlichen Beförderungschance beraubt wurde. Ich vermute, dass Tom seinen Job verlieren wird und Amos infolgedessen entlassen oder degradiert wird. Es würde mich nicht stören, wenn Tom den Job fair und anständig bekommen hätte, aber zu versuchen, ihn zu stehlen, indem man sie benutzt, passt mir einfach nicht. Tom weiß nicht, dass ich es selbst getan habe. Liebst du ihn so sehr? Bist du bereit, für deinen Mann so weit zu gehen? Wohl kaum. Ich habe es für mich getan, nicht für Tom. Das verstehe ich nicht. Die Unterhaltszahlungen richten sich nach dem Gehalt des Ehepartners. Tom erhält eine Beförderung und eine entsprechende Gehaltserhöhung. Sobald er zu arbeiten beginnt, werde ich die Scheidung einreichen. Ich habe die Nase voll von seinen Betrügereien. Die Kellnerin brachte die Getränke und fragte, ob wir bereit seien zu bestellen. Angel sagte, warum sich Sorgen machen? Nehmt euch einfach ein Zimmer, damit wir es hinter uns bringen können. Ich holte tief Luft und sagte, ich nehme das Filet medium rare, Kartoffelpüree und glasierte Möhren. Angel sah mich angewidert an und sagte dann, ich werde das Gleiche tun. Als die Kellnerin ging, fragte Angel, was zum Teufel machst du da? Warum haben wir uns nicht einfach ein Zimmer genommen und es hinter uns gebracht? Hatte ich dich nicht gebeten, mit mir zu Abend zu essen? Wir essen zu Abend. Wofür? Wir wissen beide, warum du mich hierher gebracht hast. Die Dinge ändern sich. Jetzt will ich hier sitzen und deine Schönheit genießen und mich dafür verfluchen, dass ich nicht der bin, der ich sein wollte. Du redest Unsinn. Ich weiß, aber eine Zeit lang kann ich hier sitzen und dich ganz für mich allein haben. Ich sehe immer noch keinen Sinn darin. Mit vollem Magensex zu haben, ist nicht so toll. Nun, wenn es keinen Spaß macht, muss ich wohl darauf verzichten. Ihre Worte ergeben keinen Sinn. Ich weiß, eine meiner größten Schwächen ist, dass man mir gesagt hat, dass die gebackene Alaska hier einfach unglaublich ist. Könnten Sie mir sagen, was zum Teufel Sie da tun? Ich habe es dir gesagt. Ich sitze allein mit dir, genieße deine Schönheit und verfluche mich dafür, dass ich nicht der bin, der ich sein wollte. Hör zu, ich habe kaum die Highschool abgeschlossen, Paul, und ich habe noch nicht einmal eine Stunde studiert. Also, vielleicht kannst du mir in einfachem Englisch sagen, was hier los ist. Okay, lass uns Klartext reden. Ich bin hergekommen, um dich zu erpressen, damit du mit mir Sex hast. Ich dachte, Tom benutzt dich, um eine Beförderung zu bekommen. Und ich beschloss, dass ich, da ihr beide mich um eine Beförderung gebracht habt, als Rache mit dir hinter Toms Rücken Sex haben würde. Dann fand ich heraus, dass Tom nichts damit zu tun hatte. Also konnte ich nicht der sein, der ich sein wollte. Aber ich habe dir trotzdem deine Beförderung vorenthalten. Sie müssen verstehen, dass Tom und ich seit dem Tag, an dem wir bei Ziggs angefangen haben, Rivalen waren. Solange es nur zwischen mir und Tom war, konnte ich mich damit rechtfertigen, dass ich mich rächen wollte. Das war nur zwischen uns. Jetzt weiß ich, dass er unschuldig ist, also habe ich keinen Grund, Rache zu üben. Ich verstehe das irgendwie, aber ich bin hier und wollte tun, was du wolltest. Ich war wütend auf dich, weil du alles so arrangiert hast. Ich war wütend auf mich selbst, weil ich dir nachgeben musste, und jetzt wirst du es aufgeben. Plötzlich schrie mein Ego. Wie kann dieser Typ ohne das hier gehen? Sie deutet auf sich selbst. Ich weiß, und ich werde wahrscheinlich heute Abend weinen, weil ich die Chance verpasst habe, dich zu bekommen. Das Essen kam, und wir aßen schweigend. Ich fragte sie, ob sie die gebackene Alaska zum Nachtisch probieren wollte, und sie sagte nein. Ich bezahlte die Rechnung und begleitete sie zum Auto, öffnete ihr die Tür und sagte, gute Nacht, Monsieur Est, der fehlt. Sie überraschte mich, indem sie meinen Kopf in beide Hände nahm und mich so intensiv küsste, dass mir die Knie weich wurden. Dann stieg sie in ihr Auto und fuhr weg. Ich hatte erwartet, dass es damit zu Ende wäre, aber natürlich war es das nicht. Zwei Tage später wurde ich in Billingsbüro gerufen. Er sagte, ich solle mich hinsetzen. Gestern riefen sie mich an und sagten, dass ich möglicherweise ein Problem mit ihnen habe. Ich nehme an, der Anruf kam von einer Frau namens Angelina. Ja, ich dachte, ich hätte sie beruhigt. Das hast du, aber sie dachte, dass ich Probleme haben könnte, die nicht so sind. Ich kann dir nicht vorwerfen, dass du tust, was ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch getan hätte. Wenn mir so etwas Niedliches über den Weg laufen würde, würde ich mich wahrscheinlich verrenken, um ihr zu geben, was sie will. Sie ist etwas Besonderes. Bei dem Angebot, das sie mir machte, konnte ich unmöglich ablehnen, was sie wollte. Entspann dich. Ich habe das Video bereits vernichtet. Ich denke, sie sollten wissen, dass Derfield den Job sowieso bekommen hätte. Und diese Entscheidung wurde getroffen, bevor Angelina zu mir kam. Ich denke, ich sollte mich dafür schämen, dass ich sie ausgenutzt habe. Ehrlich gesagt, würden sie mit dieser Arbeit ihre Zeit verschwenden. Ich habe sie Derfield gegeben, weil ich sie für etwas anderes aufheben wollte. Mazon geht in zwei Monaten in den Ruhestand und ich habe sie bereits als seinen Nachfolger unter Vertrag genommen. Übrigens, das ist ein Geheimnis, das bleibt also unter uns. Gut, verstanden. Tom wurde befördert und sechs Wochen später wurde ich an Masons Stelle befördert. Jetzt fragst du dich, was ist mit dem Kerl los? Er ist 30 Jahre alt und alleinstehend. Offensichtlich ist er nicht schwul, zumindest würde man das nicht denken, wenn man sieht, wie er über Angelina Derfield spricht. Die traurige Wahrheit ist, dass ich Frauen zwar mag, ihnen aber nicht traue. Mein Misstrauen hat seinen Ursprung in der Schule. Ich ging mit Brenda Stewart drei Monate lang aus, bevor ich sie bat, meine Freundin zu werden. Sie stimmte zu und zwei Monate später verließ sie mich für den Quarterback des Footballteams. Die nächste war Linda Levis. Sie verließ mich wegen eines Mannes, dessen Vater ihm gerade ein Mustang Cabrio geschenkt hatte. Die nächste auf der Liste war Helen Ketten. Wir waren seit fast sechs Monaten zusammen und ich dachte, dass die Dinge zwischen uns fest wären. Ihr 18. Geburtstag war der Tag nach meinem und auch der Tag ihres Abschlussballs. Wir folgten einer unausgesprochenen Tradition. Einen Monat später tauschten wir Kirschen aus. Sie lag in den Armen eines Mannes, der bis zu diesem Zeitpunkt mein bester Freund gewesen war. War es im College anders? Carol Mais und Rachel Valasse im ersten Jahr. Marsha Lumis und Brianna Spencer in ihrem zweiten Jahr. Roberta Davies im dritten Jahr. Sie haben mich alle wegen einer anderen verlassen oder mich mit einer anderen betrogen und wurden erwischt. Elisabeth Martin hat mich am meisten verletzt. Wir lernten uns am ersten Tag unseres Abschlussjahres kennen und fühlten sofort füreinander. Es war, als hätte uns ein Blitz getroffen und uns beiden war klar, dass wir füreinander geschaffen waren. Wir verabredeten uns in der zweiten Schulwoche und verlobten uns, um in den Frühjahrsferien zu heiraten. Leeds fuhr mit ihren Freunden nach Panama City und ich musste wegen familiärer Verpflichtungen zu Hause bleiben. Eine Woche vor dem Abschluss kam Leeds zu mir und erzählte mir, dass sie schwanger sei und natürlich sagte ich ihr, dass wir uns beeilen und heiraten müssten. Dann sagte sie mir, dass ich nicht der Vater sei. Ich drehte mich um, ging weg und sprach nie wieder mit ihr. Als ich das College mit dem Diplom in der Hand abschloss, hatte ich kein Vertrauen mehr zu Frauen dieser Art. Meine sexuellen Bedürfnisse wurden von zwei Mädchen befriedigt, mit denen ich schon seit langem Kontakt hatte. Angesichts meines Hintergrunds war es für mich einfach die. Ich wollte mit Angelina Derfield zusammen sein. Sechs Monate nach dieser Nacht verfluchte ich mich immer noch dafür, dass ich nicht geschafft hatte, was ich mir vorgenommen hatte. Nicht nur das, es hat mich auch Geld gekostet. Die Tatsache, dass ich so kurz davor war, Angel zu bekommen, machte mich sexuell ekstatisch und ich begann meine beiden Freundinnen öfter zu sehen. Es ist jetzt etwas mehr als sieben Monate her, dass ich bei Mazon angefangen habe zu arbeiten. Es war etwa 16.30 Uhr am Donnerstag, als meine Sekretärin mich über die Sprechanlage anrief und sagte, dass Miss Parker mich sprechen wolle. Sie steht nicht im Terminkalender, aber sie sagte, es sei sehr wichtig für sie, sie zu sehen. Lass sie herein. Die Tür öffnete sich und Angelina Derfield kam herein und schloss die Tür hinter sich. Ich stand auf, um sie zu begrüßen und sagte, Miss Parker, ich habe meinen Mädchennamen angenommen, als ich mich von Tom scheiden ließ. Ich zeigte auf den Stuhl und sagte, Setzen Sie sich. Wanda sagte mir, dass Sie es für wichtig halten, mit mir zu sprechen. Nun, vielleicht ist es für dich nicht wichtig, aber für mich schon. Möchten Sie das erklären? Als wir uns das letzte Mal trafen, hast du mir gesagt, dass ich weiß, was ich habe und dass jeder Mann, der mich sieht, mich will. Ich erinnere mich gut. Ich habe einige dieser Männer ausprobiert, bevor ich Tom geheiratet habe und sie haben sich alle als herausgestellt. Ich dachte, ich hätte mit Tom einen Gewinner gefunden, aber er hat mich vor unserem zweiten Hochzeitstag betrogen. Ich weiß nicht, warum ich das so lange hingenommen habe, aber irgendwann hatte ich es satt und beschloss, mich von ihm scheiden zu lassen. Und da kamen sie ins Spiel. Du hast deinen Standpunkt dargelegt und ich dachte, toll, noch einen auf meiner langen Liste von, aber dann hast du mich zum Nachdenken gebracht. Sie haben mich ertappt. Ich war bereit, dir zu geben, was du wolltest, aber plötzlich wolltest du es nicht mehr annehmen. Du sagtest, es wäre nicht richtig. Ich war schockiert. In meinem Bekanntenkreis gab es niemanden, der mich unter solchen Umständen verlassen hätte, aber du bist gegangen, ein Mann mit Prinzipien, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, wenn ich dir gehöre, würdest du mich ans Bett ketten, damit ich nichts entkommen kann. Ich erinnere mich an all das. Ist das ihr ernst? Natürlich bin ich das. Nun, ich bin noch nicht ganz bereit, bettlägerig zu sein, aber ich denke, ich würde einen solchen Mann gerne etwas besser kennenlernen. Da sie alleinstehend sind und ich nicht mehr verheiratet bin, bin ich hier, um zu sehen, ob sie Interesse daran haben, dass wir uns besser kennenlernen. Diese Frau sah so verdammt sexy aus, dass ich, während ich ihr zuhörte, eine verdammt harte Reaktion hatte. Als sie zu den Worten kam, sind sie interessiert? War ich bereit, ihr dieses Interesse direkt auf meinem Schreibtisch zu zeigen? Aber das tat ich natürlich nicht. Ich sagte jedoch, ich würde sie wirklich gerne näher kennenlernen. Da sie den Stier bei den Hörnern gepackt haben, indem sie hierher kamen, nehme ich an, dass sie den ersten Schritt bereits im Kopf haben. Ja, eigentlich schon. Die Firma, für die ich derzeit arbeite, veranstaltet morgen Abend ein Bankett und ich brauche eine Begleitung. Es ist morgen. Was machst du heute Abend? Ich habe keine Pläne. Wie wäre es, wenn wir zusammen essen, etwas trinken und reden? Mit Vergnügen. Um wie viel Uhr? Ich schaute auf die Uhr und sagte, es ist Zeit für mich, fertig zu werden. Vielleicht jetzt? Das macht mir nichts aus. Wir können mein Auto nehmen und später zu deinem zurückkommen. Das ist nicht nötig. Ich bin mit dem Uber gekommen. Auf dem Weg zum Restaurant kamen wir ins Gespräch und ich erfuhr, dass sie zwar ein Auto hat, aber selten damit fährt. In meinem Arbeitsgebiet gibt es kaum Parkplätze und die Bushaltestelle ist direkt vor ihrem Haus. Die Bushaltestelle ist direkt neben der Arbeit, also nimmt sie meistens den Bus. Dass sie heute zu mir kam, war spontan und so hat sie einen Uber bestellt. Bei einem Abendessen und Getränken erfuhr ich, dass sie ein Einzelkind war und das Metro-Staate-College mit einem Diplom in Betriebswirtschaft abgeschlossen hatte. Ich erinnerte sie daran, dass sie mir erzählt hatte, sie habe nie einen Tag auf dem College verbracht und ich war schockiert, einfach schockiert, zu erfahren, dass sie mich angelogen hatte. Sie lachte und sagte, ich stehe das schon durch. Sie war zweimal verheiratet. Tom war ihr Zweiter, aber sie hatte keine Kinder. Vielleicht eines Tages, aber im Moment wären sie zu lästig in meinem Leben. Da der nächste Tag für uns beide ein Arbeitstag war, brachte ich sie um 8 Uhr nach Hause. Sie küßte mich auf die Wange, nicht annähernd das, was sie mir beim letzten Mal gegeben hatte, als wir zusammen waren, aber hoffentlich war es ein Zeichen für bessere Zeiten. Es stellte sich heraus, dass das Bankett eine Abschiedsfeier für den Mann war, der in den Ruhestand ging und eine Beförderungsfeier für seinen Nachfolger. Ich kannte ihr Unternehmen und kannte mehrere Leute, die dort arbeiteten. Etwa eine Stunde nach unserer Ankunft fand mich einer von ihnen auf der Herrentoilette. Oh, oh, du alter Hund! Wie hast du es geschafft, dich mit der Eiskönigin zu treffen? Eiskönigin? So nennen alle hier zumindest die Männer Angelina. Seit sie zur Arbeit gekommen ist, schnüffelt jeder Kerl hier um sie herum und sie weicht ihnen allen aus. Ich kann nicht sagen, dass wir uns kennen. Sie brauchte eine Begleitung für diese Party und hat mich gefragt. Ich hatte nichts Besseres zu tun, also habe ich zugesagt. Er sah mich lange an und sagte dann, ja, genau. Als ich zu unserem Sitzplatz zurückkehrte, erzählte ich ihr, dass ich von ihrem Spitznamen erfahren hatte. Sie verstand nicht, wovon ich sprach, also erzählte ich ihr, was Fred mir erzählt hatte. Nichts Überraschendes. Fast alle von ihnen waren verheiratet, war sie auf meine lange Liste von. Nach dem Essen gab es mehrere Reden und alle begannen zu gehen. Die Leute gingen in den Saal, wo es eine Liveband und eine Tanzfläche gab. Ich nahm an, dass Angelina sich zu ihren Kollegen setzen wollte, aber sie führte mich zu einem Tisch in der Ecke. Bevor ich fragen konnte, sagte sie, ich möchte, dass du nur mit mir zusammen bist. Wenn wir mit einem Haufen Kollegen zusammensitzen, werde ich ständig zum Tanzen aufgefordert und ich habe nicht die Absicht, mit jemand anderem als dir zu tanzen. Wenn wir hier sitzen, sagen wir allen, dass wir Privatsphäre wollen, was zum größten Teil auch stimmt. Aber es gibt immer eine. Zehn Minuten, nachdem wir uns hingesetzt hatten, kam ein Typ an den Tisch und sagte, ohne mich zu beachten, komm schon, Baby, let's dance. Bevor Angel etwas sagen konnte, antwortete ich, tut mir leid, aber meine Begleiterin hat mir alle ihre Tänze versprochen. Er sah mich an und sagte, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Ich stand auf und sagte, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können unverletzt gehen oder Sie können von Sanitätern auf einer Bahre hier herausgetragen werden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen und Sie haben fünf Sekunden Zeit. Oder ich entscheide mich für Sie und meine Entscheidung bedeutet Blaulicht und Krankenwagen. Er warf mir einen bösen Blick zu, drehte sich um und ging weg. Ich sah Angel an und fragte, willst du tanzen? Sie war einverstanden und als wir auf den Boden gingen, umarmte sie mich und fragte, würdest du ihm wirklich in den Arsch treten? Verdammt richtig, mein Held, der mich beschützt vor. Ich habe es nicht für dich getan, obwohl ich gekämpft hätte, um dich zu beschützen. Er hat mich nicht respektiert und das werde ich nicht hinnehmen. Hat er dich nicht respektiert? Wie? Er hat mich ignoriert und ist dir gefolgt? Wenn er zu mir gekommen wäre und mich gefragt hätte, ob es mir etwas ausmacht, wenn er dich zum Tanzen auffordert, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Was würden sie antworten, wenn er sie fragen würde? Ich würde sagen, es macht mir nichts aus, aber es liegt an dir. Nur damit du es weißt, ich würde ablehnen. Er ist ein Idiot und denkt, er sei Gottes Geschenk an die Frauen. Er verfolgt mich, seit ich zur Arbeit gekommen bin. Er akzeptiert einfach kein Nein als Antwort und kommt immer wieder zurück. Wir tanzten, unterhielten uns und sie rückten näher an mich heran. Hast du eine Ahnung, was du mir antust? Flüsterte ich ihr ins Ohr. Natürlich kann ich das. Jeder hier sieht das und jeder wird wissen, dass ich entführt worden bin. Alle Wölfe werden mich von nun an in Ruhe lassen. Nein, sie werden nicht gehen. Das Männchen der Spezies wird in der Fabrik der Mutter geboren und ist darauf programmiert, das andere Geschlecht zu suchen. Und manche Frauen sind attraktiver als andere. Glücklicherweise oder unglücklicherweise gehören sie zu denen, die attraktiver sind. Sie sind verheiratet und haben fünf Kinder, aber die Männer werden sie trotzdem anbaggern. Du bist gut für das Selbstwertgefühl einer Frau. Vielleicht muss ich dich bei mir behalten, als ob ich so viel Glück haben könnte, dachte ich bei mir. Wir blieben für die nächsten zwei Nummern auf der Tanzfläche und dann machte die Band eine Pause. Als wir zu unserem Tisch zurückkehrten, saß dort eine sehr hübsche Blondine. Was tust du hier, Amü? Angel stellte uns vor und dann fragte er, wie sieht es aus, Paul, nur von R.Y. oder von allen, die dich zum Tanzen auffordern werden? Ich bezweifle, dass mich jemand außer R.Y. einladen wird. Ich hub eine Augenbraue, aber es gab keine Erklärung dafür. Wir unterhielten uns eine Weile und dann kam die Band zurück. Angel bat mich, Amü zum Tanzen aufzufordern, also fragte ich Amü, ob sie tanzen wolle und sie sagte ja. Die Neugierde übermannte mich und als wir mit dem Walzer begannen, fragte ich, Sie sind eine verdammt attraktive Frau. Warum bezweifeln Sie, dass Sie jemand zum Tanzen auffordern wird? Ich bin ein problematischer Mitarbeiter des Unternehmens. Ich habe mich mehrmals an die Personalabteilung gewandt, weil ich unerwünschte männliche Aufmerksamkeit erhielt. Jetzt halten sich die Männer von mir fern. Warum kommen sie dann hierher? Ich trinke gern ein oder zwei Gläser mit den Mädchen, mit denen ich arbeite, aber sie sind alle schon nach Hause gegangen. Es stand noch ein fast volles Glas vor mir und ich beschloss zu bleiben und es auszutrinken. R.Y. sah mich allein sitzen und ging auf mich zu. Also stand ich auf und ging zu deinem Tisch, weil ich dachte, er würde sich von dir fernhalten. Ich bin mir sicher, dass du mit R.Y. klarkommst. Ja, aber das würde einen Aufruhr verursachen und das wollte ich nicht. Und übrigens, danke für das Kompliment. Die Musik verstummte und wir kehrten an den Tisch zurück. Meine nächste Überraschung des Abends? R.Y. saß auf meinem Stuhl und sprach mit Angel. Egal, was er sagte, sie schüttelte den Kopf. Amu wollte vielleicht keine Szene machen, aber das war mir egal und ich hatte dem schon klar gemacht, dass ich nicht wollte, dass er mein Deid stört. Als ich zum Tisch kam, packte ich die Lehne des Stuhls, stieß ihn zurück und warf ihn auf den Boden. Bevor er sich von der Überraschung erholen konnte, stellte ich meinen Fuß auf seinen Hals und drückte ihn mit meinem Gewicht. Er versuchte, mich wegzuschieben, aber die Art, wie er lag, gab ihm keinen Halt. Ich schaute zu ihm hinunter und sagte, ich habe dir gesagt, dass mein Begleiter heute Abend mir gehört und ich habe dir geraten zu gehen, bevor ich dir wehtue, wenn ich mein Bein anhebe und du aufstehst, ist es das Beste, wenn du zur Tür rennst und diesen Ort verlässt. Jede andere Aktion ihrerseits wird dazu führen, dass sie in einem Krankenwagen abtransportiert werden. Ich hob mein Bein und trat einen Schritt zurück, um zu sehen, was er tun würde. Er stand auf und rannte, wirklich rannte, zur Tür. Angel lächelte mich an und amüsa mich mit einem verblüfften Gesichtsausdruck an. Ich schob Ames Stuhl zurück und nachdem sie sich gesetzt hatte, nahm ich meinen Stuhl vom Boden auf und setzte mich an den Tisch. Bevor ich mich setzen konnte, erschien die Kellnerin mit Getränken und stellte sie auf den Tisch. Sie sagte, auf Kosten des Hauses dankt Ihnen der Geschäftsführer, dass Sie den Müll beseitigt haben. Kann ich jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, mit dieser Art von Aufregung rechnen? fragte Angel. Gott, ich hoffe nicht, ich ziehe es vor, meine Abende entspannter zu verbringen. Wir drei unterhielten uns, tranken und tanzten, bis die Band den Abend beendete. Während meines letzten Tanzes mit Amü steckte sie ein Stück Papier in meine Jackentasche und sagte, wenn es mit Angelina nicht klappt, ruf mich an. Als ich Angel nach Hause fuhr, fragte sie mich, was Amü in meine Tasche gesteckt hatte und ich sagte es ihr. Was für eine! Und das, nachdem ich so nett zu ihr war. Entspann dich. Sie sagte mir, ich solle sie anrufen, wenn es zwischen uns nicht klappt. Die Frage ist also, wird es etwas zwischen uns geben? Das hoffe ich doch sehr. Deshalb habe ich dich gebeten, mich zu Andys Beförderungsparty mitzunehmen. Was ist der nächste Schritt? Wenn ich nicht Angst hätte, dass es einen falschen Eindruck erweckt, würde ich dich zu mir einladen, wenn du mich nach Hause bringst. Aber ich denke, wir werden uns mehrmals treffen und daran arbeiten müssen. Ich habe mich sofort zu ihnen hingezogen gefühlt, als wir uns das erste Mal trafen und sie werden bei mir keinen falschen Eindruck erwecken, wenn sie mich wirklich zu sich einladen wollen. Mir scheint, je eher wir herausfinden, ob wir sexuell zueinander passen, desto besser. Sie sah mich lange an und sagte, okay, Schatz, du bist dabei. Der Field müsste ein Idiot sein, um vor Angel wegzulaufen. Hätte ich Socken getragen, als wir ins Bett gingen, hätte sie sie mir wahrscheinlich vom Leib gerissen. Wir haben alles gemacht. Morgens bereitete sie das Frühstück für uns vor und ich saß am Küchentisch, trank Kaffee und beobachtete sie. Sie sah mich an und fragte, glaubst du, dass du eine ständige Diät mit dem, was letzte Nacht passiert ist, verkraften kannst? Keine Zweifel, keine Fragen. Ich habe für den Rest des Wochenendes keine Pläne mehr. So ein Zufall. Ich auch. Meinst du, wir können uns etwas einfallen lassen, um etwas zu unternehmen? Das würde mich nicht überraschen. Wir fanden für den Rest des Wochenendes etwas zu tun und am Montag hatte ich kaum die Energie, mich zur Arbeit zu schleppen. Dieses Wochenende stellte die Weichen für die nächsten sechs Monate. Wir waren ständig zusammen und verbrachten fast jede Nacht in der Woche zusammen, entweder in ihrem Bett oder in meinem. Das konnte nicht lange gut gehen und das wusste ich. Ich hielt so lange durch, wie ich konnte, aber ich wusste, dass der Zug früher oder später entgleisen würde. Die Katastrophe ereignete sich am Ende des sechsten Monats unserer Ehe. Es war ein Freitagabend und wir beendeten eine Nacht voller Alkohol und tanzte mit wildem Sex auf meinem Bett. Als wir uns ausruhten, um weiterzumachen, sprach sie neun Worte, die den Zug zum Entgleisen brachten. Wirst du mir jemals einen Ring an den Finger stecken? Aber vielleicht war die Ursache für den Absturz meine einsilbige Antwort. Nein, Angel sah mich etwa zehn Sekunden lang schweigend an, bevor er sagte, kannst du mir sagen, warum? Weil ich den Frauen dieser Spezies nicht traue. Ich fuhr fort, ihr zu erklären, warum. Sie hörte zu und war etwa 15 Sekunden lang still. Dann sagte sie, und das ist alles. Ein Haufen Teenager aus deiner Vergangenheit wird dein Leben kontrollieren. Das ist etwas mehr, Angel. Erinnerst du dich an unsere erste Begegnung? Natürlich, ich erinnere mich. Aber was hat das mit der Sache zu tun? Ich dachte, wir hätten etwas Gutes. Eigentlich hatten wir etwas Gutes. Aber meine Vergangenheit und der Grund unseres ersten Treffens lassen mich Nein sagen. Ich verstehe nicht, was unser erstes Treffen damit zu tun hat. Du warst mit Tom verheiratet, aber du hattest kein Problem damit, einen anderen Mann hinter seinem Rücken zu unterhalten, um zu bekommen, was du wolltest. Kann ich darauf vertrauen, dass du das nie mit mir tun wirst? Wenn du es wirklich willst, weiß ich es nicht und ich möchte nicht riskieren, es herauszufinden. Sie stand auf, zog sich an und ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Es tat mir natürlich leid, dass sie ging. Es war, wie ich schon sagte, wir hatten etwas Wunderbares. Aber das machte meine Argumentation nicht weniger stichhaltig. So wie Angel gegangen war, sah ich keinen Sinn darin, sie in den nächsten sechs Wochen anzurufen. Ich genoss wieder die Gesellschaft meiner Freundinnen und dann erhielt ich aus heiterem Himmel einen Telefonanruf. Guten Morgen, hier ist Paul. Ich bin enttäuscht von dir. Ich habe dich gebeten, mich anzurufen, wenn es zwischen dir und Angelina nicht klappt. Also, warum hast du nicht angerufen? Ehrlich gesagt, war ich in diesem Moment nicht in der Stimmung mit einer anderen Frau zu kommunizieren. Bist du jetzt bereit? Ich war bereit und habe es auch gesagt. Wie wäre es mit einem Abendessen heute Abend, dann können wir alles besprechen? Sie gab mir ihre Adresse und ich sagte, ich hole dich um 18.00 Uhr ab. Wir gingen ins Red Lobster und wer hätte das gedacht? Die erste Person, die ich sah, war Angelina, die mit zwei anderen Mädchen an einem Tisch saß. Sie sah uns und hatte einen Ausdruck im Gesicht, den ich nicht deuten konnte. Amü und ich wurden an einen Tisch geführt und wir bestellten. Eine halbe Stunde später musste ich auf die Toilette gehen und als ich wieder herauskam, wartete Angel schon auf mich. Es hat nicht lange gedauert, bis du mich vergessen hast, oder? Wer sagt, dass ich dich vergessen habe? Warum hast du mich nicht angerufen, wenn du so denkst? Die Art und Weise, wie du gegangen bist, hat mir alles gesagt, was ich wissen wollte. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück zu meinem Date. Als ich Amü nach Hause fuhr, küßte sie mich auf die Wange und fragte, können wir das noch einmal machen? Ich hoffe es. Wie wäre es mit diesem Freitag? Ich habe um 17.00 Uhr Uhr Zeit. Passt Ihnen 18.00 Uhr Uhr? Es wird reichen. Sie küßte mich wieder auf die Wange und ich ging nach Hause. Als ich am nächsten Tag von der Arbeit nach Hause kam und mit der Zubereitung des Abendessens begann, klingelte das Telefon und es war Amü. Ich rufe an, um unser Date am Freitag abzusagen. Angelina kam heute bei der Arbeit zu mir und sagte mir, dass sie nicht glücklich darüber sei, dass ich mit ihrem Mann rummache. Ihr Mann? Das hat sie gesagt. Sich mit ihrem Mann anlegen. Ich dachte, es wäre alles vorbei zwischen euch beiden. Das dachte ich auch. Wir haben uns seit über einem Monat nicht mehr gesehen. Ich habe mich auf Freitag gefreut, aber nach dem Gespräch mit Angelina muss ich das Treffen absagen. Ich brauche diesen Job und angesichts meines bereits etablierten Rufs als Unruhestifter kann ich mir keine weiteren Feindseligkeiten leisten. Ich verstehe. Danke für Ihren Anruf. Als ich auflegte, versuchte ich bereits herauszufinden, was passiert war. Sie verließ mich, ohne ein Wort zu sagen, und rief mich auch nicht mehr an. Aber war ich ihr Mann? Ich konnte es nicht herausfinden, also hörte ich auf, es zu versuchen, und kochte das Abendessen zu Ende. Nach dem Essen versuchte ich, fernzusehen, aber ich musste immer wieder an Ames Anruf denken und an das, was sie mir gesagt hatte. Wenn ich Angels Mann war, warum hat sie mich nicht angerufen? Sie hatte einen Schlüssel zu meinem Haus, also warum hat sie ihn nicht benutzt? Schließlich beschloss ich, dass sie dachte, ich sei in ihrer Hand, dass ich sie anrufen und anflehen würde, zurückzukommen. Sie wartete auf einen Anruf, der nie kommen würde. Wollte ich, dass sie zurückkommt? Ja, das wollte ich. Aber ich habe es ernst gemeint, als ich den Anruf abgelehnt habe. Es mag dumm von mir gewesen sein, aber so war ich nun mal. Mein Standpunkt wird sich nie ändern. Angel wird mich vielleicht nie betrügen, aber wahrscheinlich nicht ist nicht dasselbe wie nie. Wenn man wahrscheinlich nein sagt, impliziert das, dass es auch ein vielleicht gibt wie vielleicht, vielleicht nicht. Nein, so sehr ich Angel auch wollte, ich wusste, dass ich ihr niemals vertrauen konnte. Es hatte also keinen Sinn, sie anzurufen. Drei weitere Tage vergingen und eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und fand das Kleid auf dem Boden, als ich durch die Wohnungstür trat. Auf dem Weg vom Kleid zur Schlafzimmertür lagen ein paar hochhackige Schuhe, ein BH, eine Strumpfhose und ein Höschen. Am Griff der Schlafzimmertür hängend, öffnete ich die Schlafzimmertür und fand Angel auf meinem Bett. Du bist genau zur richtigen Zeit gekommen. Nimm diesen dummen Blick aus deinem Gesicht. Zieh dich aus und beweg deinen Arsch hierher. Ich zog mich aus und als ich mich dem Bett näherte, sagte sie, wir brauchen keine Zeit mit dem Vorspiel zu verschwenden. Leg dich einfach hin und lass es uns tun. Ich lächelte und sagte, ja, ma'am, und tat dann, was sie wollte. Ich ließ mich neben sie aufs Bett fallen und während wir beide an die Decke starrten und versuchten, wieder zu Atem zu kommen, sagte sie, du weißt, dass du ein bist oder warum muss ich ein sein? Weil du nicht getan hast, was du hättest tun sollen. Was war das? Du hättest mich holen sollen und mich anflehen, zurückzukommen. Du hättest den Ring aus deiner Tasche nehmen und etwas sagen sollen wie, steck ihn an und versprich mir, mich nie wieder zu verlassen. Aber hast du es getan? Ah, mein Problem ist, dass ich ohne dich so verdammt unglücklich war. Ich habe endlich akzeptiert, dass ich mit dir zusammen sein muss, ob du anrufst oder nicht. Es dauerte ein Jahr, bis sie sich einen Ring an den Finger stecken konnte. Sie weigerte sich zunächst und ich brauchte mehrere Monate, um sie endlich dazu zu bringen, ihn zu akzeptieren. Warum diese Wendung meinerseits? Ralf und Richard. Wer sind Ralf und Richard? Die Zwillinge, die Angel und ich gezeugt haben. Sie hat mir gesagt, dass sie nicht verhütet, damit sie von mir schwanger werden kann. Als ich dann endlich genug von ihr hatte und sie rausgeschmissen habe, wollte sie etwas von mir haben. Als ich ihr sagte, dass wir heiraten müssten, um das Kind legitim zu machen, antwortete sie, nein, unser Deal war ohne Ring und wir würden als Freunde mit Zusatzleistungen zusammenleben. Als ich sie weiter verfolgte, antwortete sie, nein, ich werde nicht zulassen, dass du dein ganzes Leben in dem Glauben verbringst. Ich sei absichtlich schwanger geworden, um dich zu zwingen, mich zu heiraten. Ich fragte weiter nach und eines Tages reichte sie mir ein Stück Papier und sagte, ich solle es lesen. Es war ein Ehevertrag, in dem stand, dass sie im Falle einer Scheidung aus der Ehe nur mit dem ausscheiden würde, was sie mitgebracht hatte, nämlich ihren Mädchennamen. Er räumte mir das alleinige Sorgerecht für die Kinder ein und am Ende stand ihre notariell beglaubigte Unterschrift. Am nächsten Tag gingen wir Ringe kaufen und zwei Wochen später heirateten wir standesamtlich. 14 Jahre und fünf Kinder später leben wir immer noch zusammen.